Der weiße Fisch... Der weiße Fisch... Ja. Hier sehen wir die Fische. Da oben sind die Gummis auch, wie die heißen. Seid bitte leise, Sarah. Ja. Cool, ne? Ja, cool. Die ist schon ein bisschen langweilig, die schütteln ja gar nicht hier oben. Weiß nicht. Ich versuch. So, hier ist der andere. Der eine kriegt hier an, der größte ist da oben und der andere ist da drüben. Oh, der sagt auch so an.